So, weil jetzt heute mal auf dem Offi. Ja, ich bin wirklich hier und ich bin wirklich online und warum ich hier aktuell auf einem Level 2er Charakter bin, ohne alles, ich werde es gleich hier rausfinden, beziehungsweise ich werde es gleich erklären. Das ist schon wieder eine riesige, gigantische Scheiße einfach. Aber wie gesagt, wir kommen gleich dazu und lasst es überraschen. Okay, also, was ist hier eigentlich aktuell los? Wie läuft alles? Wie ist Bora? Wie ist alles, was man hier so gehört und gesehen hat und so? Ja, also es gibt relativ viel zu sagen, es gibt relativ viel zu zeigen. Nur erstmal das offensichtlichste, was man hier momentan sieht. Ich bin hier auf einem anderen Charakter. Und zwar, wie ihr wisst, hat irgendein Wichser scheinbar es geschafft, meinen Account zu hocken. Interessanterweise mit relativ langem Passwort und, naja. Okay, warum das passiert ist, keine Ahnung. Der hat auf alle Fälle kein Bankpasswort. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Der hat auf alle Fälle kein Bankpasswort und konnte damit auch nichts anfangen. Also habe ich alles dann rübergekandelt auf andere Accounts, auf mehrere andere Accounts. Und, ja, genau. So kam das Ganze dann. Und, wie geht es weiter? Ich schreibe momentan mit dem Bohrer-Support. Ich hoffe, dass die mir hier irgendwie helfen können. Ich habe so das Gefühl, dass die irgendwie keinen Bock haben. Weil alles, was ich von denen bisher so gehört habe, oder beziehungsweise was die mir so geschrieben haben, war... Joa, wissen wir jetzt auch nicht so recht, beziehungsweise... Schreibt den an, schreibt den an, beziehungsweise haben gesagt, ich hätte Bohrer, äh, nicht Bohrer, ich hätte Webster anschreiben müssen. Bevor das Ganze war, habe ich allerdings auch gemacht und habe ich auch die E-Mail und so weiter. Und, kurzum gesagt, es hat halt wieder keiner irgendwie so recht, äh, einen Überblick wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal zumindest. Ich weiß es nicht, aber ich vermute einfach, weil das einfach keinen Überblick hat. Ja, ähm, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht. Ich kann euch nicht genau sagen, wie ich jetzt weitermache und, äh, mit was ich jetzt weitermache. Ähm, ob hier das Ganze Sinn macht, hier mit Offi und so weiter. Ich kann es euch nicht sagen, ich kann auch nicht, äh, versprechen, ähm, dass ich jetzt hier irgendwie... Wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal das Ganze ab und je nachdem, wie telltet das ich halt eben dann bin oder auch nicht telltet bin, Ähm, anhand dessen entscheide ich halt dann, ob ich dann wirklich das Ganze weitermachen will oder eben auch nicht. Weil, wie gesagt, ich meine, ich bin schon wieder viel zu lange dran und ich schreibe schon viel zu viel hin und her und, äh, ja, viel zu viele Probleme. Und, ähm, wie gesagt, ich meine, wenn es jetzt einfach auch damit anfängt, dass ich jetzt halt einfach meinen Hauptaccount verliere, also, den ich jetzt quasi schon verloren habe, in dem Sinne, äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich da noch so drauf Lust habe. Und, ich meine, Bohrer-Support, okay, er antwortet immerhin, er ist wenigstens schnell, aber er ist halt nicht hilfreich. Bisher zumindest, bisher. Alter, plus 13% Attack-Speed und minus 17% Attack-Speed. Schön. Ähm, ja, wie gesagt, wir schauen einfach mal. Ich hoffe, die kriegen es irgendwie zusammen, ich hoffe, die können mir einfach irgendwie helfen oder haben auch irgendwie dann Lust, mir zu helfen. Wenn nicht, dann halt nicht. Keine Ahnung. Ähm, bisher. Ich meine, ich will nicht sagen, ich bin, ich, ich finde alles scheiße, ich finde alles, keine Ahnung. Ich meine, die strengen sich an und die versuchen es zumindest. Ähm. Ob das Ganze halt ausreicht oder nicht, keine Ahnung. Muss ich zeigen. Also, ich für meinen Teil muss auf alle Fälle sagen, so, bisher bin ich jetzt noch nicht überzeugt, weil, ähm, naja, man sieht's. Also, ist das nicht gerade ideal. Also, wenn man natürlich jetzt irgendwie, äh, so problemlos, ähm, Zugriff zu anderen Accounts kriegen kann, äh. Also, ich vermute auch, dass derjenige nicht das Passwort hatte, weil das, äh, ich halt's, ich halt's für, ich halt's für unrealistisch, sagen wir mal so. Also, ich vermute halt einfach, dass der halt, äh, dass der halt, äh, Websnoss angeschrieben hat und gesagt hat, so, ja, ist mein Account und so weiter. Und, äh, hat er wahrscheinlich einfach Zugriff bekommen und das ist zumindest meine Vermutung, weil alles andere macht für mich jetzt nicht so direkt Sinn. Also, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir warten ab. Ich will so nicht zu viel flamen, bevor ich's nicht, nicht sicher weiß. Kann sein, dass ich auch noch ein bisschen mehr flamen werde oder auch nicht. Muss man mal schauen. Ähm. Zumindest erster, erster Eindruck ist für mich jetzt gerade nicht gerade positiv, weil, kann man sich denken. Ja. Alle diese Awakes hier, man. Es sind nicht mal sch-, also, ich meine, die Stats sind nicht mal schlecht, aber halt Minus und Plus und, äh. Ein schönes Terra-Awake. Ich will's auch gar nicht mal so lange erwecken hier. Hm. Also, gerade, gerade nutzt ich das Interwecks hier mal definitiv nicht. Also, was ist das Problem? Ja, es gibt auch eine haufenweise Events, die man kann laufen, also, dieser, ja, so eine Art Übertragungsevent, also, so, so, Launch-Events quasi, und da kann man haufenweise coole Items kriegen, ähm, kann man auch Ultras kriegen, kann man, oder, oder, ja, amtlich kriegen, bin mir nicht sicher. Ich kenne Unterschiede, ehrlich gesagt, nicht, genau. Das eine, glaube ich, ist irgendwie, bringt weniger, das andere bringt irgendwie mehr. Irgendwie so ein Dreh. Ich will jetzt gar nicht so viel hier verschwenden, vor allem nicht so viel Zeit verschwenden, ehrlich gesagt. Ich will ein bisschen Mobs killen, und, ähm, will auch noch ein bisschen drüber reden, über das Ganze hier. Scheiße. Habe ich gerade einen Helm verkauft, um ihn aufzusetzen? Ach, ich konnte nicht aufsetzen, weil ich, ähm, oh. Jupp. Professioneller Fly-Spieler. Ist am Start. Das tut jemand. Ich überlege gerade dieses Suit da. Attack, äh, Gritsche, oh, Gritsche an. Und Attack. Ja, das ist nice. Nehmen wir mal auf alle Fälle mit. So, dann Nummer 10 Scrolls. Also, ich will jetzt einfach nur irgendwas hier. Irgendwas, was einfach weniger als nix ist. Also, weniger als nix, äh, also mehr als nix, sag mal so. Ich will nicht viel. Also, ich nehm viel, aber ich will nicht viel unbedingt. Ich will nur ein bisschen was. So ein Buy-Back-System werde ich mir auch ganz geil. Kein Glück momentan mit dem Helm. Boah, wisst ihr es noch, was habe ich das, was habe ich das früher oft gemacht oder viel gemacht? Ich meine, das ist halt sowas, das hat man halt früher wirklich ständig gemacht. Also, hier erweckt man und so weiter, das war ja, da hat man Stunden und man Tage mit verbracht. Also, das war ja, war verrückt. Ah, 10 Decks, nehm ich auf alle Fälle mal mit. So, let's go. Was ist das für eine komische Schere? Elden Cissor. Um Eldens Chart zu öffnen. What? Wie, ich muss das öffnen? Okay, klasse, keine Ahnung. So, Loll-Event läuft auch, 50% mehr XP. Ich habe aktuell keine Leecher, das seht ihr wahrscheinlich. Ähm, habe ich meinen alten Ringmaßen noch? Immerhin. Immerhin etwas. Und, ähm, ich denke mit dem haben wir dann vielleicht gar nicht mal so schlechte Karten. So, dann baffen. Ja, ich meine. Könnte schlimmer sein, könnte schlimmer laufen, mal schauen. 92% Attack Speed. Ich weiß nicht, ob es sowieso war, von dem ist eigentlich gerade ziemlich egal. Ich weiß auch schon, 109. Ich meine, Hauptcharakter, falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, der war 115 Master. Und vor allem, was noch schlimmer ist als 115 Master, aber was heißt schlimmer noch? Was noch mehr weh tut, das denke ich auch noch zu verlieren, ähm, ist natürlich auch die, äh, die ganzen Ultras. Nee, oder die XR-Amplis da, die sind ja ein Tages-Amplis. Und, ich meine, ich hatte da, warte mich wirklich aufrecht, es sind Ultras und XR-Amplis, die ich so gehabt. Insgesamt müssen das über 30 Stück sein. Hm. Tja. Das tut weh. Richtig weh. 10 Dex bringt das Ganze nochmal. Yo, Alter. Ich meine, Flyfe ist halt irgendwie immer so super, super langsam, alles dauert immer ewig und so. Aber wenn es da halt so ein bisschen eine Quirp hast und so, und wenn es da so ein bisschen, so, wisst ihr habt, und dann, dann eskaliert das Ganze direkt, halt immer so direkt. Wisst ihr, was ich noch hab? Ah, nicht hier, ich hab noch einen Landen-Account. Scheiße. Ja, okay, nee, ich hab jetzt kein normales Sammler-Pad. Aber, wie gesagt, ich hab alles, ähm. Alles, alles Wichtige, alles Wichtige hab ich rübergekandelt, bis auf die Ultras und den Charakter, den ich halt dann eventuell verliere, wenn die es halt eben nicht schaffen, dass die halt mir hier irgendwie helfen. Ähm, mir halt ziemlich traurig, wenn die es nicht schaffen, weil, äh. Wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht eine Frage von, von Können, es ist eine Frage von Wollen. Und, ähm, wenn die es wollen würden, dann, äh, könnten die es auch machen. Und, wie gesagt, ich mein, ich kann mich, ich kann mich einwandfrei als Besitzer identifizieren, ähm, oder, oder halt zumindest kann das halt eben, wie weiß, dass es mein Account ist. Ähm, ich mein, derjenige, der diesen Account übertragen hat, ähm, der hat nicht das Bank-Passwort, der weiß auch sonst den Account nix. Und, ich mein, äh, ja, also. Ist, glaub ich, relativ, äh, selbstverständlich. Aber, ja, mal schauen, was das reserviert. Ähm, mal schauen, wie gut das Bohrer ist und auch mal schauen, wie, äh, communityorientiert das die handeln. Ähm. Und, mal schauen wir da auch im Gegensatz zu Webstars an. Ich mein, mit Webstar hatte ich ja schon so meine Probleme und, äh, da war es ja ein riesiges Ding, dass ich mal endlich, ähm, also, auch da hatte ich ja Probleme mit dem Zugriff auf einen Account. Das ist ja irgendwie echt schon so, so eine kleine Legacy irgendwie bei meinem, ähm, bei meinem Main-Account. Vielleicht hat es auch Spieler-Style, vielleicht hat es auch Porn-Mans, weiß ich nicht. Aber, äh, das ist, das ist schon so eine Sache, wo ich mir immer so denke, so, jo, geil. Ähm, auf alle Fälle, äh, auch Webstar konnte mir da irgendwie nicht helfen oder wollte mir auch nicht helfen oder so. Vielleicht ist das halt auch durch anderen Content auf einem Channel ausgelöst, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall. Warte mal kurz, was ist das hier eigentlich? Gibt es dieses Cash, okay. Wählen es die Kategorie aus, die sie kaufen möchten und fahren es mit dem Kauf fort. Mhm. Also, es gibt schon einen Donate-Shop jetzt, oder wie? 500 Cash. Exklusives? Hä? Funktionär, was gibt es hier? Was ist ein Emporium? Was zur Hölle ist Emporium? Scroll of Gem Reversion? Baruna Reversion? Scroll of Jump? Okay, Scroll of Jump ist Premium-Batterie. Okay, es gibt neue Icons. Also, die gaben es wahrscheinlich schon länger, aber... Ich war schon lange nicht mehr online, deswegen... Keine Ahnung. Aber die Preise sind exakt die gleichen, oder? Ich hatte gehofft, dass es dann irgendwie auch wieder wie bei Cheap Potato zu websen, dass es halt eben zu einer Senkung der Preise kommt, oder kommen würde. Nur leider ist das hier scheinbar nicht der Fall. Was ich ziemlich schade finde, weil... Na ja... Ich meine... Gerade niedrig sind die Preise jetzt nicht im Offi, also... Teilweise ist Essen gehen billiger, als sich irgendwelche Bandles hier zu kaufen, und ich muss sagen, es ist natürlich schon echt krass. Also, ich meine, Flyve ist nicht so irgendwie ein Investment, was man halt eben macht, sondern es ist halt wirklich... Ja, du zahlst halt, wenn du hier halt aktiv spielst, dann kannst du schon einige hundert Euro hier im Monat versenken. Naja, wie gesagt, wir wissen ja wahrscheinlich, wer dann wieder der Verlierer ist, von diesem ganzen Transfer, beziehungsweise von den neuen Publisher und so weiter. Und... Es werden natürlich die Spieler sein. Ziemlich sicher. Aber gut. Wir wollen es immer noch nicht hier... Ob es gibt... Ah, es gibt Level-Up-Geschenke, stimmt. Geschenke für mich, Körper. Ne, es gibt diese Level-Up-Geschenke für... Für bestimmte Level irgendwie, auf alle Fälle. Beziehungsweise, ich glaube, für neun Charaktere ist das nur, oder so? Irgendwie sowas in der Art. Ich habe übrigens noch nie verstanden, warum solche Dinge existieren. Warum gibt es ne Knuckle für Level 11? Also, ich meine, ich weiß, es existiert seit Live existieren und so. Aber ich habe es in all den Jahren, in diesen 12 oder 13 Jahren, in denen ich als Live-Spieler, habe ich es nie verstanden. Warum gibt es ein Level-Elfer-Knuckle? Oder ein Level-Elfer, was gibt es sonst noch? MyCenary Sword, glaube ich, gibt es auch noch, oder? Verstehe ich nicht. Also, ich bin mir sicher, es hat, es hat bestimmt irgendwie einen, einen höheren Sinn oder so, oder keine Ahnung, aber, weiß ich nicht. Gibt für mich irgendwie, gibt keinen Sinn irgendwie. Ich finde die XP sogar gar nicht mal so scheiße. Irgendwie, warte, wie viel kriegen wir momentan? Auf Level 1 bringt ein Albert normalerweise 14%. Wir kriegen schon gute XP momentan. Okay, gute Lord-Event ist natürlich schon mal 50%. Ich glaube, es ist momentan auch noch ein zweifaches XP-Event oder so. Naja, aber ansonsten ist, glaube ich, echt alles gleich geblieben. Ich meine, ich habe mir gewissermaßen schon gewünscht, dass es halt irgendwie alles gleich bleibt. Aber ich habe halt persönlich schon so auf Änderungen gehofft, die vielleicht, naja, im entferntesten Sinne doch eher ein bisschen positiver sind. Und, ähm, vielleicht auch für die Spieler oder halt eben, ja, im Grunde genommen halt auch für die Spieler ein paar positive Aspekte bieten. Aber, mal schauen. Ich meine, normalerweise, beziehungsweise, was wir momentan auch noch fehlen, sind diese Bora-Coins. Ähm, normalerweise sollten ja, ähm, Bora, also diese Kryptowährung, ja, oh man, danke für nichts, Flyve, danke. Ähm, normalerweise sollte diese Bora-Coin hier, ähm, ähm, also diese Kryptowährung, äh, ganz normal troppen. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Hä? Lol? What? Okay, hatte ich noch nie den Bug? Ähm, normalerweise hat er, wie gesagt, diese Kryptowährung nur troppen. Allerdings gibt es das auch noch nicht. Und ich weiß persönlich nicht genau, wann hier was, äh, kommt. Oder, äh, ob das jetzt irgendwie erst mal verworfen wurde oder so. Aber normalerweise, normalerweise, äh, soll es eigentlich der Fall sein. Normalerweise sollten wir eben diese Kryptowährung hier troppen können. Und, äh, ja. Deswegen, ich bin momentan so ein bisschen verwirrt. So ein bisschen verwundet, besser gesagt. Weil irgendwie fehlt da noch so ein bisschen was. Okay, ich glaube, wir können uns sparen, diese Pena einzusammeln. Das ist ziemlich useless irgendwie. Ich meine, Geld haben wir zumindest ein bisschen was. Ja, ich meine, was ist, was ist eure Meinung? Was ist eure Meinung dazu? Ich meine, ich habe im Forum ein bisschen was gelesen, war jetzt nicht so gerade überzeugt davon. Piratenmütze. Ah, okay. Okay, das sind Quest-Items 9. Ähm, war nicht sehr, äh, nicht gerade sehr überzeugt davon. Ich hab, äh, was habe ich noch gemacht? Discord. Es gibt einen extra Q&A-Channel, um eben Probleme, äh, anzusprechen, beziehungsweise um Lösungen und um Hilfe zu kriegen. Äh, das Problem ist nur, es antwortet einfach nie jemand an diesem, an diesem Channel. Also ich glaube, einmal, einmal hat ein Moderator geantwortet. Oder, oder dieser Galatyp oder was das war. Ja, aber sonst, ich meine, dieser Channel existiert einfach nur, Leute schreiben ihre Probleme rein und kein Schwein antwortet irgendwie. Ich dachte am Anfang so, ja, vielleicht ist es einfach so, dass die es halt dann per APN beantworten, oder es halt privat. Äh, ich habe das selbst reingeschrieben, weil ich Probleme eben habe mit dem und dem. Und, äh, ja, ne. Da antwortet keiner privat, die ignorieren das einfach komplett. Also ich meine, Support ist halt wie bei Webson. Boah, weiß nicht. Also wie gesagt, ich meine, ich will jetzt noch nicht, ich will noch nicht zu viel flamen und so. Und ich weiß, ich habe jetzt mir noch nicht keine endgültige Meinung gebildet. Habe noch keine endgültige Meinung gebildet. Ähm, und deswegen will ich jetzt noch nicht zu vorgenommen sein. Aber, was ich ja momentan so gesehen habe. Ja, ich bin jetzt nicht so direkt überzeugt vom Ganzen bisher. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ansonsten muss ich sagen, ähm, mit diesen Bora-Coins. Ich weiß nicht, ob ihr in meinem Video geschaut habt. Ähm, falls auch nicht, solltet ihr es machen zu dem, ähm, Transfer, was ich vor dem Transfer gemacht habe. Ähm, normalerweise sollten eben von diesen Monster bei, ich glaube bei normalen Kämpfen und bei Bossfights und so weiter, sollten diese Bora-Coins toppen. Und das ist eben eine Kryptowährung, die man dann eben später wirklich tatsächlich in, in wahres Geld umwandeln kann. Das heißt, damit kann man quasi beim Zocken noch ein paar Cent oder ein paar Euro verdienen, was ziemlich cool ist. Und, ähm, auch andersrum ist es eigentlich dann relativ cool, weil du halt eben das Ganze dann für den Cash-Up nutzen kannst. Das heißt, du kannst quasi auch Cash-Up-Währung in-game farmen. Und, finde ich ein super Konzept. Und für mich persönlich, für mich persönlich, war das Ganze eigentlich das mit Abstand Interessanteste an diesem ganzen Bora-Projekt. Ansonsten hätte ich so gesagt, ja, okay, interessiert mich nicht, ist alles scheiße, keine Ahnung. Aber, diese ganzen Blockchain-Sachen, äh, sind halt schon so ein paar Dinge, die mich halt persönlich interessieren. Und, ähm, wo ich halt so sage, ja, coole Sache, habe ich Interesse dran, interessiere ich mich generell dafür. Und, äh, Blockchain, beziehungsweise diese Kryptowährungen, oder diese ganzen Spiele, die auf Kryptowährungen basieren, ähm, die sind eben bekannt dafür, dass man halt eben das Ganze meistens an Ingame farmen kann. Nicht in großen Mengen, äh, nicht in, nicht in sonst irgendwas, aber, man kann es zum Teil, es müsste farmen. Wow. Ich wollte halt auf die, auf die neue Flav-Seite gehen von Bora. Die ist einfach mal down. N-G-N, äh, N-G-I-N-X-Error, the page you're looking for is temporarily unavailable. Please try again later. Och, ist es ein Meme einfach, oder? Ist es einfach ein Meme? Ich wollte gerade mal nachschauen, was, äh, hier das Ding ist, was das hier, ähm, warte mal, ist die Seite vom Forum online? Ähm, mal schauen. Vielleicht ist der Seite vom Forum online. Who knows? Sieht bisher schlecht aus. 504, Gateway Timeout. Yay. Och, Mann. Was tun wir im ZM? Ganz im Ernst. Ich hab halt einfach so sehr dran gehofft, oder so sehr dran geglaubt, und so gehofft, dass es halt einfach wirklich jetzt ein Neuanfang wird, der halt wirklich gut wird. Aber ich mein, für mich ist es halt so, alles andere ist gut bisher, und ich bezweifle halt, dass es auch für andere Leute gut ist. Oder gut wird, weil, hm. Ich bin nicht gerade der Einzige, der Probleme hat. Das ist halt das Problem. Naja. Auf jeden Fall, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Ähm, schreibt mir gerne Kommentare, was wir machen sollen. Ich mein, ich hatte das Build-Poster-Equipment, ich hatte das Saal-Equipment, also Wind-Stra-Equipment für Build-Poster. Ähm, ich hatte Blade-Equipment. Ich glaube, das ist ziemlich gut, das Blade-Equipment, falls ich mich gerade nicht irre. Also kein Set, glaube ich. Oder nur so ein halbes Set. Ich habe noch eine Ulti-Bus-5 LGA. Ich habe noch einen Ulti-Bloody-Sort. Ähm, ich habe noch eine Algeo, allerdings auch. Ich habe noch so einen krassen Einzel-Einzel-Nuckel hier im Inventar. Jungen, der ist richtig krass. Der ist echt krass. Ich weiß nicht mehr genau, von wem ich denn habe und woher der stammt, aber... Alter, 84% Geschwindigkeit, Mann, ey. Ich mein, sieben ist doch... Was? Nein. What? Ich bin tot. Warum sterbe ich einfach? Null. Schau mal kurz nicht hin. Und ein Respawn. Im gleichen Ort, wie du bist. Achso, weil ich die Respawn-Skreuz habe. Okay. Okay, ich würde sagen, wir beenden auf einmal die Folge an dieser Stelle. Ähm. Ihr könnt euch entscheiden, ähm... Also wahrscheinlich warten wir jetzt sowieso erst mal ab, wie die Antworten ist. Ähm. Ich vermute zu wissen, wie die Antwort dann ausfallen wird. Aber wie gesagt, wir lassen uns mal überraschen. Und, ähm... Ja. Wir schauen. Ich weiß nicht. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar schreiben, was ihr euch wünschen würdet. Welche Klasse. Ähm. Also Buildposter wird sich anbieten. Wird es natürlich sehr anbieten, weil ich das Community Equipment habe. Inklusive Schmuck und was weiß ich alles. Äh. Also gut, Schmuck habe ich dann natürlich sozusagen immer. Außer ich mal jetzt einen Mage. Ähm. Ne. Es bringt eh Attack. Selbst für Mage würde es funktionieren. Also ich würde sagen, Buildposter steht zur Auswahl. Und Blade steht auf alle Fälle... Oder steht zumindest zu einer näheren Auswahl. Ich meine, yes. Das habe ich schon mal gespielt. Das ist halt frustrierend. Ranger wäre mal interessant, weil es, glaube ich, relativ billig ist. Bin mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Ähm. Ringmaster steht nicht zur Auswahl. Knight eigentlich auch nicht so, oder? 101 Knight ist, glaube ich, jetzt nicht so geil. Was haben wir sonst noch? Ja, Mages halt, aber ist zu teuer. Mages, da bräuchte man halt die ganze Zeit mit dieser Refresher Hold und... Aha. Keinen Bock drauf. Also ich würde mal sagen, Blade... Wo ich sehr momentan zu tendieren würde, weil ich meine, Ulti-Waffen und so zu haben, ist natürlich schon mal relativ geil. Äh, Blade steht auf alle Fälle für mich persönlich zur nahen Auswahl. Ähm. Buildposter steht noch zu einer näheren Auswahl. Ähm. Ranger würde ich noch okay finden. Yes, da würde ich auch noch mal machen, wenn ihr Bock drauf hättet. Ähm. Aber yes, das ist dann eher schon so... Für mich persönlich zumindest eher so... Hm. Ja, okay. Hast du schon mal gemacht, du machst dann so... War jetzt nicht so... Nicht so geil, war nicht so interessant und so. Ja. So. Meh. Genau. Ähm. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.